New York. Eine Stadt, in der die Gewalt regiert. Wo der Terror zur Gewohnheit wird. Und niemand den Mut hat, sich zu wehren. Du bist doch erstmal abgesandt, Alter! Drei Morde, vier Vergewaltigungen und ein halbes Dutzend Überfälle. Das ist kein Bezirk mehr, das ist Kriegsgebiet. Doch einer nimmt den Kampf auf. Stellt sich der Bedrohung. Charles Bronson. Wo liegt das Problem? Da hast du gleich die Hocke gemacht. Es will streiten. Ihre nächtlichen Aktionen bringen sie in den Knast. Es sei denn, sie arbeiten ab heute für mich, Mister. Die Bürger müssen sich endlich bewaffnen und zurückschlagen. Ich werde mich rächen. Da ist der Kerl. Den knöpfe ich mir selbst vor. Er ist zwischen die Fronten geraten. Heute wird abgerechnet. Er wird hier Kopf rollen. In einer Welt, die wahnsinnig geworden ist, gibt es nur ein Gesetz. Und das ist seins. Charles Bronson in Death Wish 3. Death Wish 3. Bronson ist wieder unterwegs und sorgt für Ordnung. Death Wish 3. Der neue Bronson.